Hey, willkommen zurück. Ich bin der Stempler und ich habe endlich die Zeit gefunden, mit den neuen Produkten zu basteln. Der neue Katalog ist angelaufen und ich habe es geschafft, endlich mal meine Favoriten zu bebasteln. Ganz oben auf der Liste steht natürlich das Produktset mehr der Möglichkeiten. Habe ich mich total drin verliebt, total cool, ist auch super vielseitig. Und da sind diese beiden Karten entstanden bei den ersten Testläufen. Und ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden, welche von beiden ich jetzt in dem Video mit euch bastle. Und deswegen habe ich einfach gesagt, komm, die sind vom Layout so gleich, die sind so ähnlich, ich mache einfach beide. Deswegen, das Video wird ein kleines bisschen länger, vielleicht mal schauen. Aber wir machen beide Karten auf einmal. Ihr kriegt auch alle Maße zu beiden. Wie gesagt, die Produktreihe ist die Produktreihe mehr der Möglichkeiten. Da gibt es dieses tolle Stempelset, setzt die Säge. Es gibt Stanzformen dazu, es gibt einen Embossing-Folder, es gibt Papier, das habe ich sogar hier. Hier, wunderschön. Besonders dieses hier hat es mir angetan. Auch das finde ich toll, die Zeitung hier. Ach, es ist einfach super toll. Ich bin normalerweise nicht so der Designer-Papier-Fan, aber dieses hier musste ich mir trotzdem holen. Super cool. Also es gibt das Papier, es gibt Memories in Moe-Karten, das ist also nochmal Papier. Es gibt Kordel, es gibt Metall-Accessoires. Das meiste seht ihr jetzt in den Videos. Und ich dachte mir, ich mache mal ein Video, aber ohne die Stanzformen. Weil vielleicht gibt es ja so fortgeschrittene Bastler, die das auch interessieren, die aber noch nicht die nötige Maschinerie haben, um die Stanzformen zu benutzen. Deswegen dachte ich mir mal, nur Stempel und Accessoires und Schnickeldi und was weiß ich und Papier, aber keine Stanzformen. Also dieses Video ist für alle fortgeschrittenen Bastler. Okay, das zum Schaffensprozess. Jo, die sind noch nicht ganz fertig. Wir werden die ein kleines bisschen anders machen. Wir sind nämlich noch zwei, drei Ideen gekommen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach an und den Rest erzähle ich dabei. Gut, wir fangen an mit dieser Karte hier. Und zwar fangen wir auch mit dem... Ich zeige erstmal, was ich benutzt habe für Papier. Und zwar habe ich eine Kartenbasis in Marineblau. Die ist 29x10,5, gefällt es bei 14,5. Können wir auch gleich einmal falten. Okay. Und jetzt habe ich zwei Auflegerkarten und zwar in Wildleder. Und zwar ist das nicht ein erster Aufleger, der ist nämlich nicht kleiner, sondern ist genauso groß wie die Kartenfront. Der ist also 14,5x10,5 cm lang. Und dann habe ich noch ein Stück Vanille für die zweite Auflage, die aber so groß ist wie eine erste Auflage. Also 10x14 cm, sodass die hier hin passt. Hat den Sinn, dass wir die jetzt gleich selber von Hand ein bisschen kleiner schneiden. Deswegen sind die jeweils einen halben Zentimeter größer als sonst. Klingt verwirrend, ist es aber gar nicht. Und zwar, was wir machen, ich fange mal an mit... ...Wildleder. Hier ist mein Müllbecher übrigens. Und zwar schneide ich jetzt einfach total unregelmäßig ein bisschen was weg am Rand. So ein bisschen wellenmäßig, nicht zu doll, nicht zu krass. Das machen wir dann alles bei der Lage in Vanille. Schneide einfach mal so grob rundherum. Schaut, dass ihr auch wirklich ein bisschen was wegschneidet, dass man am Ende das Blaue noch drunter sieht. Deswegen ist ja die Auflage da. Deswegen habe ich die ja schon hingelegt, damit wir gleich mal gucken können, ob es uns schon reicht. Die hier wird noch sehr basic, also einfach überall ungefähr gleich viel wegnehmen. Die Lage in Vanille wird dann schon ein bisschen exzentrischer, um es so zu sagen. Also einfach ein bisschen unregelmäßig. Beide Karten haben nämlich schicke Ränder rundherum. Das sind nicht einfach nur Quadrate aufeinandergesetzt. Jetzt können wir hier mal schauen. Jo, das gefällt mir schon, das ist doch gut. Man könnte jetzt noch ein klein bisschen mehr wegnehmen, aber ich finde, das braucht es gar nicht. Ich finde es schon cool so. Ja, okay. Also das ist die Lage in Wildleder. Und jetzt die Lage in Vanille. Die machen wir im Prinzip gleich nur ein bisschen krasser. Also die darf jetzt wirklich, wirklich ein bisschen kaputt gemacht werden. Ich finde, es sieht aus wie so eine Schatzkarte. Also ich habe bei dem Set sofort an Schatzkarten gedacht, weil ich total der Piraten-Fan bin. Und mir sind sofort Schatzkarten in den Sinn gekommen. Deswegen sieht diese Karte ein bisschen aus wie eine Schatzkarte hier. Also einfach so, da gibt es gar kein richtig und kein falsch. Einfach so ein bisschen rein, so als hättet ihr es einem Kindergartenkind in die Hand gegeben. Nicht so viel drüber nachdenken, einfach schneiden, machen tun. Ihr könnt auch erst mal einen Teststreifen nehmen oder so und den dreimal in der Länge nach schneiden, um das mal zu üben. So sieht es aus. Das ist mir aber jetzt auch noch viel zu rechteckig. Also ich schneide auch mal was Größeres ein hier. Und auch ruhig mal so Einschnitte machen, weil wir werden das nachher ein bisschen verunstalten. Genau, schneidet mal ruhig eine Delle rein oder so. Die soll ja aussehen wie so eine Schatzkarte, die irgendein Pirat schon zwei Jahre dabei hat. Die ist nicht mehr so schön. Ja, schon viel besser. Und passt das gut hier drauf? Ja, perfekt. Da ist jetzt sogar schon ein bisschen sehr viel weggenommen. Das müsste vielleicht gar nicht nötig sein. Aber das passt schon. Alles gut. Man sieht auch in jeder Karte, die ist handgemacht. So. Ach, was wir nun auch machen, bevor ich es vergesse, sind so Einschnitte. Also ich schneide hier jeweils so kleine Ecken raus, damit es aussieht wie so eingerissen. Die, finde ich, machen auch ganz viel von dieser Schatzkartenoptik. So. Hier kann noch einer hin. Genau. Perfekt. Cool. So. Dann stempeln wir und zwar mit dem Setz die Segel natürlich. Ich habe den Leuchtturm ausgewählt und auch den Kompass und die Möhren. Das sind alle toll, die Motive. Und zwar stempeln wir in Wildleder. Ich habe hier noch ein bisschen Papier als Unterlage, weil, wie man sieht, wird es gleich ein bisschen dreckig. So, fange ich an mit dem Leuchtturm. Ich habe den übrigens auf dem Block I. Das ist ein bisschen größerer. Dafür braucht ihr den. Oder ihr habt ein Stemperatus oder sowas. Aber der geht nicht mit den ganz kleinen Blöcken zu stempeln. Und zwar stemple ich den einmal ab, weil es sonst zu viel wird. Und dann hier hin. Der ist nicht perfekt in der Mitte, sondern ein kleines bisschen weiter rechts. Ich finde, das sieht ein bisschen harmonischer auch aus, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist. Und der Kompass wird auch gestempelt, auch abgestempelt. Der kommt so hier irgendwo hin. Da. Gut. Dann habe ich noch die Möwen. Die werden sogar zweimal abgestempelt. Das geht mit Wildleder, ist eine eher dunklere Farbe. Damit ihr wirklich nur so ein ganz bisschen, nur so ein Hauch da oben. Und das war es auch schon hier mit dem Stempeln. Ach so, ne, die Innenseite machen wir auch noch. Die ist einfach eine erste Kartenauflage. 10,5 mal, nein, 10 mal 14 Zentimeter. Äh, wie habe ich mir das überlegt? Wir machen einen Kompass hier oben abgestempelt. Und den Anker aus dem Set, der wird auch abgestempelt, hier unten. Gut. Und jetzt nehme ich mir einen Schwamm. Das sind diese gelben Schwämme. Die habe ich in Sechstel geschnitten. Und noch ein passendes Label hingemacht. Und den nehme ich jetzt. Und gehe einmal über alle Ränder. Damit dieser Sepia Vintage-Effekt noch ein bisschen besser rauskommt. Beziehungsweise eigentlich ist das das Herzstück von dieser Technik. Man könnte jetzt auch hier in der Mitte ein bisschen drüber gehen. Das mache ich nur ganz leicht, dass das einfach nur ein bisschen Textur bekommt und nicht ganz so flach aussieht. Auf dieser Karte hier machen wir das gleich deutlich stärker. Bevor wir das aber machen, kommt da noch ein Detail drauf. Und zwar, damit es auch wirklich eine Schatzkarte aussieht. Ich habe hier das Stempelkissen zusammengedrückt. Ein bisschen Stempeltinte ist hier oben. Und jetzt nehme ich mir einen Mischstift, einen Blenderpen. Und nehme hier ein bisschen was von der Farbe in Wildleder auf. Aber auch nur ein bisschen. Und dann fange ich hier an. So eine Schatzkarte. Hier ist der Schatz. Das ist jetzt optional. Also wenn man das drauf macht, sieht es wirklich piratig aus. Wem das zu viel ist, der kann das einfach weglassen. Sieht auch so schön aus. Aber ich fand das witzig. Ich finde das süß. Gut. Ich nehme übrigens einen Blenderpen, weil mir der Marker zu krass wäre. Und ich habe auch andere Farben ausprobiert. Saharasand zum Beispiel. Das war mir auch immer noch zu dunkel. Deswegen nehme ich den Blenderpen. Da kommt es nicht ganz so dunkel raus. Und jetzt machen wir was. Da müsst ihr euch einfach für trauen. Und dann knickt das. Falte das ein bisschen ein. Nicht zu doll. Nicht zu klein. Das soll nur ein paar grobe Knicks bekommen. Und dann alles wieder schön auffalten. Wieder so gerade hinkriegen, wie es geht. Und wenn wir da jetzt drüber gehen mit dem Schwämmchen. Ich räume mir mal mein Stempelkissen schon weg. Eben besonders stark über die Ränder. Und dann überall sonst nochmal drüber. Das geht ganz einfach. Man muss es einmal testen. Also ich empfehle wirklich am Anfang einen Teststreifen zu machen. Ein Teststück. So. Und jetzt über den ganzen Rest noch drüber. Und wenn man das eben vorher einmal geknittert hat. Dann kommen jetzt alle diese Knitterspuren besonders gut raus. Total cool. Also aber auch die Zwischenräume. Nicht zu hell. Dass alle wirklich benutzt und alt und dreckig aussehen. Und so schnell ist ein Vintage-Effekt gemacht. Also das ist wirklich nicht aufwendig. Gut. Jetzt geht es auch schon an die Deko. Und zwar. Wo habe ich jetzt meine restlichen Sachen? Mein Basteltisch ist total voll. Ach hier drüben. Weil ich habe ja Material für beide Karten hier liegen. Okay. Und zwar die Deko. Mit folgendermaßen gemacht. Wie gesagt. Keine Stanzform. Nur Handstanzen. Ich habe die Stanze. Ich habe vergessen wie sie heißt. Ich blende sie hier ein. Und zwar nehme ich da ein Reststück in Wildleder. Und ich nehme auch noch einen Streifen in Vanille. Wenn ich denn hier einen habe. Hier ist übrigens mein Teststreifen. Mit dem ich das ausprobiert habe. So. Hoffen, dass es ausreicht. Ja, reicht. So. Und was wir jetzt machen. Wir nehmen die dunklere Lage. Das Wildleder. Und schneiden das. In der Hälfte durch. Und dann. Kleben wir das. Hier Kleber rauf machen. Gegen Ende vorsichtig sein. Nur ganz dünn bis hier rüber machen. Sonst guckt euch das nachher unten raus. Weil das kleben wir jetzt. Mit so einem kleinen, wie so einem Passepartout könnte man sagen. Oben und unten. An dieses Etikett dran. Ich finde diese Etikettenform total toll. Ich habe die jetzt total oft benutzt in letzter Zeit. Aber das geht natürlich eigentlich mit jedem Etikett. Also ihr könnt jedes nehmen. Wenn ihr die Stanzformen habt. Könnt ihr natürlich auch. Die. Das Etikett nehmen. Was in dem Set enthalten ist. Das ist auch sehr schön. Das hat auch eine Stickkante. Aber auch so ist man einfach schön schnell gemacht. Jetzt benutze ich noch die Kordel. Die auch in der Produktreihe drin ist. Und ein Streifen Abreißklebeband. Beziehungsweise zwei Streifen. Genau. Zwei kleine Streifen. Eins, zwei. Und die kommen hier auf die Rückseite. Links und rechts. Hingeklebt. Papier abziehen. Und dann wird das hier angesetzt. Festgeklebt. Und ich mache es gerne so. Dass das nicht in der Mitte ist. Sondern eher weiter unten. So ungefähr. Auf der Rückseite wieder festkleben. Und abschneiden. So. Und dann kommt da noch ein Knoten hin. Man könnte auch eine Schleife machen. Aber ich fand den Knoten jetzt schöner. Da schneidet man sich einfach nochmal ein Stück ab. Und dann fummelt man das hier unter die untere der beiden Schnüre durch. Und bindet einen Knoten. Wie rum möchte ich den? Ich möchte den so rum. Das ist übrigens ein super Trick. Immer wenn ich irgendwo Schleifen oder Knoten oder irgendwas drauf mache. Die sind nie echt. Also die halten nie das Band zusammen. Die sind immer aufgesetzt. Das hat den Vorteil, dass ich den jetzt bewegen kann, wie ich möchte. Also mein Knoten soll zum Beispiel eher nach rechts. Dann kann ich ihn einfach ziehen und bewegen. Und das hat den Vorteil, wenn man die nachher aufsetzt. Also Schleifen knote ich meistens und setze die mit einem Glue dort auf. Knoten einfach drumrum knoten. Dann kann ich ihn nämlich bewegen, wo ich den hinhaben will. Gut. Es geht noch ein bisschen weiter mit der Deko. Oh, jetzt sehe ich gerade. Habe ich vergessen. Das müsste man natürlich vorher machen. Oh, das ist doof. Aber egal. Das kriegen wir hin. Der soll natürlich auch vintage aussehen. Dieses Etikett. Jetzt muss ich mal hinschauen. Ah, das kriegt man aber auch so noch hin. Ja, das schaffen wir. Also mach das bitte nicht, wie ich mache das vorher. Dann sieht es schöner aus. Was ich auch gerne mache, ist das braune Papier vorher ein bisschen eintupfen einfach, dass es eben auch nicht so flach aussieht, sondern mehr Textur bekommt. Aber das ist jetzt zu spät. Na ja, macht auch nichts. Sieht trotzdem nicht aus. Okay. Dann halt nicht. Super. Jetzt kommt da noch ein bisschen Spruch drauf. Und zwar sind in dem Set zwei tolle Sprüche dabei. Aber ich finde, die passen jetzt nicht super gut. Also zum Beispiel, setz die Segel und nimm Kurs auf deine Träume. Finde ich total schön. Aber ich habe jetzt nicht so viele Möglichkeiten oder Anlässe, so eine Karte wegzugeben. Deswegen habe ich mich einfach für das ganz einfache Glückwunsch entschieden, um eine Geburtstagskarte zu machen. Weil das sind die Karten, die ich am meisten brauche. Glückwunsch. Ist auch ein sehr, sehr cooles Danke drin. Also das würde sich auch gut eignen. Und zwar habe ich hier ein Reststück in Marineblau. Und das Stempelkissen in Weiß. Das kommt als leeres Stempelkissen mit der Nachfüllschinte. Ich habe mir hier einen Streifen drauf gemacht. Und dann wird das einfach aufgenommen. Die verhält sich ein kleines bisschen anders. Da gibt es bestimmt irgendwann mal ein Infovideo von mir zu, wie man denn damit überhaupt stempelt. Und das wird hier aufgestempelt. Das lassen wir jetzt in Sekündchen trocknen. Den würde ich übrigens nicht in irgendwelche Reinigungskissen jetzt sauber machen. Den würde ich unter Wasserhahn halten. Genau, diese Tinte braucht eine Sekunde länger, um zu trocknen. Deswegen lassen wir das kurz. In der Zeit. Ich habe noch einen Kreis ausgestanzt. Der ist jetzt relativ genau einen Inch groß. Da gibt es eine Kreisstanze zu im Katalog. Ansonsten use what you got. Also lieber nicht zu groß. Sonst sehen die Metallaccessoires nämlich zu klein darauf aus. Schaut einfach, was ihr findet. Das ist einen Inch groß jetzt hier. Und zwar nehme ich hier die Metallaccessoires Ahoy. Da gibt es so total coole Anker und so Steuerräder. Sehr, sehr schick. Und da nehme ich mir ein Anker. Oder ja, ein Steuerrad. Ich habe hier ein Steuerrad. Auf dem anderen ist ein Anker. Und ein Mini-Klebepunkt. Ein Glue-Dot. Und das wird einfach aufgesetzt hier auf diesen Kreis. Cool. Das macht unglaublich viel her. Also die sehen sehr wertig aus und total schick. Ich finde die total abgefahren. So. Weiter mit dem Spruch. Ich habe hier die Stanze. Klassisches Etikett heißt sie, glaube ich. Keine Ahnung. Es ist ja immer alles eingeblendet. Ihr seht ja, wie das Zeug heißt. Und damit stanz ich den Spruch aus. Aber nicht genau mittig, sondern eher weiter nach links. Damit ich nämlich diesen Kreis hier da hinsetzen kann. Das mache ich auch gleich. Auch dafür einfach ein Klecks Flüssigkleber. Und tschock. Nicht zu weit runterrutschen, weil da kommt ja nachher das Band hin. Aber so ein bisschen ist erlaubt. So. Cool. Dann kommen jetzt Dimensionals. Und zwar die Mini-Dimensionals. Für das fummelige Zeug. Ich habe hier auch mein Aufhebwerkzeug. Damit kann man die besonders gut platzieren, finde ich. Und zwar einen hier drauf. Das guckt nachher ein ganzes Stück drüber raus. Deswegen nicht ganz ans Ende einsetzen. Und dann noch hier einen hin. Oder machen wir zwei. Weil das ist ja dann doch eher schwer. Der Anker. Oder das Steuerrad. Was auch immer ihr benutzt. Und das kommt hier jetzt einfach mit aufgesetzt. Und das ist das Deko-Element. Jetzt können wir uns schon ans Zusammensetzen der eigentlichen Karte machen. Da muss ich nur die richtigen Lagen rausfinden. Also das ist die Kartenbasis. Innen eingeklebt wird dieses Innenstück hier. Ich würde Snail empfehlen, weil man den nicht durch das dünne Papier durchzieht. Den Flüssigkleber sieht man durch, wenn man nicht super geübt damit ist. Aber wie schon in irgendwie allen anderen Videos davor. Mein Snail hängt im Zoll fest und kommt nicht nach Europa. Deswegen muss ich ganz, ganz wenig Flüssigkleber nehmen. Okay. Das ist es für die Innenseite. Ich stempele auch gerne hier was hin. Aber auf dem Marineblau sieht man das nicht so gut. Deswegen spare ich mir das jetzt diese Lage. In Wildleder. Kann man jetzt ruhig mit Flüssigkleber aufkleben. Ordentlich überall drauf. Und aufkleben. Und dann die Lage in Vanille würde ich auf jeden Fall mit Flüssigkleber kleben. Damit es gut hält. Also bis in die Kanten. Aber nicht bis ganz an den Rand. Weil wir wollen es nicht total flächig aufkleben. Wir wollen immer noch, dass man die Textur sieht. Aber es soll trotzdem halten. Also gut einschmieren. Bis zum Rand. Aber nicht zu viel. Und dann wird die einfach hier aufgeklebt. Also die ist mir jetzt schon fast zu klein geraten an den Rändern. Hätte man das hier in Wildleder auch noch ein bisschen stutzen können. Vielleicht kriege ich das noch ein bisschen hin. Ja, sieht da ein bisschen netter aus. Da muss man ein bisschen rumprobieren. Macht da ein Prototypen von. Wie gesagt, ich habe mich hier entschieden. Auf meinem Original gibt es die Lage in Wildleder gar nicht. Aber ich fand, da gehört noch ein bisschen was hin. Und deswegen ist das hier jetzt so eine Live-Kreation. Ja, doch gefällt mir gut mit der Lage in Wildleder. Ein bisschen dünner könnte sie sein. Also merkt euch einfach, macht das in Vanille. Nehmt nicht zu viel weg am Rand. Sieht aber cool aus. Und da kommt jetzt ganz einfach unser Dingsloch aufgesetzt. Ich könnte jetzt eine neue Lage der Menschen jetzt anfangen. Oder ich nehme einfach mal hier die Ränder. Genau, die Ränder nicht wegschmeißen. Die kann man auch noch benutzen. Eins, zwei, drei. Und das kommt jetzt einfach hier hin. Et voilà. Karte ist fertig. Finde ich super cool. So eine Vintage-Shops-Karte. Ist auch total männlich. Also es sind beides Männerkarten. Wenn man den klassischen Männerkartenbegriff so hat. so definieren würde. Weil das setzt sich sehr gedeckt halt. Die ganze Produktreihe. Also das ist total cool. Super geeignet. Okay. Und gar nicht lange labern. Gleich weiter zur nächsten Karte. Und zwar habe ich hier. Für die nächste Karte habe ich eine Basis in Rauchblau. Die Produktreihe empfiehlt eigentlich Babyblau. Auch im Papier ist mehr Babyblau. Aber wir benutzen hier kein Papier mit viel von dem Hellblau drin. Beziehungsweise das wir benutzen, das könnte man auch als Rauchblau deuten. Und ich finde Rauchblau gerade cooler. Deswegen Rauchblau. 29. Naja, es steht unten drin. Ihr habt die Maße gesehen. Kartenbasis halt. Ich habe da auch gleich eine Einlage gemacht. Die ist in Flüsterweiß. Die ist 10x14 cm. Also eine einfache Kartenauflage. Die ist genau gleich gestempelt wie die von gerade eben. Und auch hier, ganz besonders bei Weiß, würde ich immer den Snell vorziehen. Aber meinen gibt es gerade nicht. Deswegen ist es echt clever. So, allein das hier ist schon total cool. Und für die Auflage habe ich diesmal in ganz normalen Kartenauflagen eine Lage in Sahara Sand. Die ist 10x14 cm. Das ist die erste Kartenauflage. Und dann ein Stück aus dem total genialen Designerpapier. Die ist also nicht 10, sondern 9,5 cm. Und nicht 14, sondern 13,5 cm. Also die zweite Kartenauflage. Und wie gesagt, hier ist das hellblau drin. Aber das sieht auch fast aus wie Rauchblau. Das muss nicht zwingend Babyblau sein. Deswegen hier mal in Rauchblau. Hier sieht man schon, habe ich die Ränder schon bearbeitet. Das mache ich jetzt noch hier mit der Lage in Sahara Sand. Und zwar habe ich dafür ein Edging Tool. Das hat so Kerben drin. Und da sind Klingen drin, dass man das hier aufrauen kann. Das geht aber auch mit einer ganz normalen Schere. Also ihr könnt die Schere nebenauf machen, verletzt euch nicht, nicht reingreifen. Und dann nehmt ihr einfach die Klinge und zerstört hier den Rand von eurer Papierlage. So. Und dann kriegt das eben so einen Vintage-Effekt. Ich benutze jetzt hier das Edging Tool, weil ich es gerade da habe und weil sich das besser anfassen lasse. Aber ihr braucht das nicht zwingend. Das geht auch einfach mit einer beliebigen Schere. Übrigens, diese Karte ist heftig inspiriert von einem Video von dem Kanal Artful Stampin. Leider ist das kein Tutorial-Video gewesen, sondern einfach nur so ein 2-Minuten-Video, in dem sie eben die Produktreihe vorgestellt hat und einmal das Designer-Papier gezeigt hat und so. Und sie hat ganz am Ende eine Schokoladenverpackung gezeigt mit diesem Set, die quasi genau, oder sehr ähnlich aussieht wie meine Karte. Also die gleiche Farbe, das gleiche Papier und auch dieses Label hier benutzt hat. Davon habe ich mich inspirieren lassen. Wollte ich nur an der Stelle mal anmerken. Aber es ist auf Englisch und eben leider kein Tutorial-Video und deswegen dachte ich, kann ich das einfach mal als Inspiration nehmen und in eine Karte verbasteln. So. Und wenn ihr das Papier natürlich ein bisschen knickt oder so, dann macht das gar nichts, weil es soll ja alles vintage aussehen. Und da lege ich mir übrigens immer gerne ein Schmierpapier unter, weil das gibt nämlich ganz viele so Brösel, die man dann einfach auskippen kann und nicht überall rumfliegen hat. So, wie gesagt, Edging-Tool, aber das geht auch mit einer ganz normalen Schere. So, und die Karte ist ein bisschen einfacher gehalten. Also es ist halt kein Vintage drauf. Ein Vintage braucht immer Zeit. Aber ihr seht ja, es geht ja vergleichsweise schnell. Es ist halt noch nicht mal irgendein Schnitt im Video, weil ich irgendwas ausstanzen muss oder so. So, das wird hier aufgeklebt. Auch hier würde ich Flüssigkleber verwenden, empfehlen, weil eben die Lagen Textur haben und Textur klebt man besonders gut auf mit Flüssigkleber. Auch die Rückseite ist toll. Also ich konnte mich gar nicht entscheiden zwischen Demotiv und Demotiv. Das finde ich total stark und es ist total traurig, dass das voll auf der Rückseite ist, dass man das gar nicht benutzen kann jetzt. Na, aber so ist es, ne? Die Motive sind eigentlich alle schön in dem Designer-Papier. So. Das wird hier aufgeklebt. Guckt, dass euer Kompass richtig rum ist. Und dann kommt da jetzt einfach die Deko drauf. Ich habe das Etikett schon mal vorbereitet. Und zwar ist das wieder genau gleich gemacht, nur diesmal in Sahara-Sand und in Weiß, auch wieder mit der Kordel. Das wird jetzt einfach schon mal aufgesetzt. So, nach da. Und dann habe ich genommen die Stanze Zierzweig heißt die, glaube ich. Und Farbkarton in Moosgrün oder Waldmoos, irgendwie so. Auf Englisch Mossy Meadow. Ich kenne die Farben immer nur im Englischen. Und da stanze ich mir insgesamt drei von den Zweigen aus. Wer die Stanzformen hat, wie gesagt, die Stanzformen von dem, aus der Produktreihe, da ist auch so Seegraszeug dabei. Das würde sich hier auch super eignen. Aber, ich hatte ja gesagt, wir machen heute ein Video ohne die Stanzformen. Und deswegen kann man jetzt mal hier eine Handstanze verwenden. Und hier wird einfach ein bisschen was untergeklebt. Also ein bisschen noch da. Ich klebe die übrigens nur immer hier unten an der Basis fest. Weil dann können die sich eben so ein bisschen aufrichten und das gibt dann eine schöne Textur. Also ich klebe zwei Zweige nach oben und einen Zweig nach unten. wenn mein Flüssigkleber denn will. Ja, so ungefähr. Cool. Und auch das, was aufgesetzt wird, ist sehr ähnlich. Ich habe hier gestempelt auf Rauchblau. Auch das Glückwunsch. und das wird hier ausgestanzt. Und ich habe diesmal den Kreis in Marineblau. Ich klebe erst die beiden Elemente zusammen. So. Jetzt noch ein Metallaccessoire. Diesmal nehme ich den Anker. Die sind wirklich total cool. Die sind auch sehr hochwertig. Also man merkt, da ist echt Zeug mit bei. Das ist schwer. So, jetzt muss ich mir überlegen, wo ich das am besten festklebe. Ich würde einfach sagen, okay, ich muss gar nicht falten. Sonst kann man die Klebepunkte auch einfach zusammenfalten. Aber das braucht es hier gar nicht, wenn man hier den Klebepunkt unten auf den Anker aufsetzt. Und dann kommt der einfach hier so hingesetzt. der Menschen jetzt wieder. Nehmen wir doch mal ein großes hierfür. Ich glaube, das ist geschickter. Und ein kleines hier. Und dann wird das einfach hier hingesetzt. und fertig ist die Karte. Die geht sogar ein kleines bisschen schneller sogar als die andere, weil man ja den Hintergrund nicht aufwendig vintage machen muss, sondern einfach das Designerpapier genommen. So, jetzt hat das Video doch einen Schnitt. Und zwar, mir ist während der Nachbearbeitung aufgefallen, dass mir das Projekt doch nicht so gut gefällt. Ich meine, das war der erste Testrun, deswegen ist es ein bisschen so, es sind ein paar Sachen passiert, die mir doch nicht so gut gefallen haben. Und ich dachte mir, nein, das lasse ich nicht auf mir sitzen, ich mache es nochmal neu. So sieht es jetzt aus. Und zwar, was mir nicht gefallen hat, ist das Layout. Also mir war der Rand dann doch zu groß und ich habe es so gemacht. Mein ursprüngliches Projekt, wenn ich es jetzt in der Schnelle noch finde, hier hatte nämlich, es hatte diesen braunen Rand nicht und ich wollte gern diesen braunen Rand. Mir gefällt es mit braunem Rand deutlich besser als ohne. Aber dieses hier war dann doch eher noch an das Rechteckige angelehnt und dieses hier war mir schon zu zerknittert. Also das hat mir nicht gut gefallen. Also jetzt hier nochmal die Unterschiede im Detail, was ich anders gemacht habe. Erstens, ich habe weniger weggeschnitten. Guckt, dass ihr auf jeden Fall was wegschneidet, aber ich habe es nicht so mit so vielen tiefen Einkerbungen gemacht, sondern eher mehr von diesen Einschnitten hier rein gemacht, anstatt die Form grundlegend zu verändern. Fand ich doch besser, weil letzten Endes ist es immer noch ein Rechteck und die Kartenbasis ist rechteckig, das ergänzt sich dann irgendwie besser. Fand ich netter. Außerdem habe ich den braunen Rand näher an den in Vanille angenähert, sage ich mal, also dass man nicht zu viel von dem braunen sieht. Was ich auch gemacht habe, ich bin mit dem Schwamm, bevor ich die Lagen zusammengesetzt habe, hier mit diesem Schwämmchen, nochmal durch alle, äh, über alle Ränder drüber gegangen. Nur einmal ganz grob, mit gar nicht zu viel Farbe, sodass es eine Textur bekommt. Hier im Unterschied, nicht gemacht, gemacht. Dieses hier sieht so flach aus und aufgeklebt und dieses hier sieht tatsächlich vintage aus. Das habe ich auch gemacht hier mit dem Etikett, da sieht man auch den Unterschied. Und hier habe ich das Etikett, ihr habt es im Video gesehen, das habe ich erst nachhinein drauf geschmiert, deswegen hatte ich diesen hellen Streifen, das hat dieses hier nicht. Ja, die Deko habe ich natürlich jetzt geklaut, der habe ich nicht nochmal gemacht. So sieht es aus. Was ich außerdem gemacht habe, hier sind mir die Knitter zu krass. Also sie sehen ziemlich cool aus, weil das mag, gerne, sie sind mir ein bisschen zu krass gewesen. Deswegen, was ich hier anders gemacht habe, ich habe das Papier nicht ganz zusammengeknüllt, sondern ich habe es nur geknickt und wieder aufgefaltet. Also nicht zu so einer kleinen Kugel gemacht, sondern es nur einmal geknittert und wieder aufgefaltet, sodass die Knitterkanten nicht zu groß und zu hart werden. Und dann sieht man sie nur angedeutet und nicht ganz so doll. Ja, gefällt mir irgendwie besser. So. Gut, dann jetzt, das sind beide Karten, sind fertig geworden, gefallen mir beide jetzt unglaublich gut. Ich könnte mich gar nicht entscheiden, welche ich besser finde. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Das Video ist ein bisschen länger. Fandet ihr das okay? Soll ich das öfter machen, dass ich mal zwei Variationen zeige, wenn es eben nicht nur eine Farbe anders ist, sondern wenn es Layout ist? Schreibt mir da einen Kommentar, dann weiß ich, was ihr haben wollt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. You have been stempelt.